Also lautet die Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen die Idee hin. Nicht allein das Schreiben lesen übt sich ein vernünftig Wesen. Nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen. Sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören.